Nicole Steiner, Fantastic Pastors Nachts in Venedig, eine Kurzgeschichte von Laura Lehmann Das Herz schmeckte weich auf ihrer Zunge. Fast glaubte Eleonora, seinen letzten Schlag zu spüren. Doch es war nur ihr eigener Puls. Sie leckte sich über die Lippen. Es war ihnen nicht in die Wiege gelegt, die Tierherzen zu mögen. Doch kaum hatte sie es heruntergeschluckt, spürte sie, wie ihre Sinne sich wandelten. Ihre Instinkte wurden schärfer, die Umgebung größer. Mit einem empörten Miauen plumpste sie auf allen vier Pfoten auf den Teppich. Randnotiz, auf dem Boden hocken beim Fressen, dachte sie mürrisch. Dass sie es aber auch immer wieder vergaß, Eleonora streckte sich ausgiebig. Um sich an ihren neuen Gliedmaßen und ihren Körper zu gewöhnen. Dann schlägte sie sich das Blut aus den Mundwinkeln und dem Fell. Ehe sie auf den Fenstersimpf sprang und das Fenster mit der Pfote aufschob. Also los. Sie sprang ins Freie, landete in der beeindruckenden Orchideenstaude direkt unter ihrem Fenster und flitzte über das kurze Rasenstück auf das schmiedeiserne Tor zu. Rasch zwingte sie sich hindurch und hielt auf der anderen Seite inne. Es roch intensiv nach Meer und Salz und nach dem letzten großen Menschenstrom, der vor nicht ganz einer Stunde über den Platz gelaufen war. Eine Plastikverpackung schimmerte auf dem Boden. Eleonora funkelte sie missbilligend an, ehe sie in Richtung Wasser tigerte. Das Wasser in Venedig war immerhin eine konstante Möglichkeit, sich zu orientieren. Und auch wenn Eleonora als Katze nicht schwimmen konnte, konnte sie doch wenigstens lesen. Dennoch, als Mensch war sie eindeutig schneller zu Fuß. Der Weg zum Marktplatz kam ihr als Stubentiger bedeutend länger vor. Daran änderte wenig, dass in der Nacht die am Tag so belebte Stadt wie ausgestorben schien. Sämtliche Touristen waren in ihre Hotels oder auf ihre Kreuzfahrtriesen zurückgekehrt. Eleonora tänzelte über eine kleine Brücke, als eine Möwe im Tiefflug angerauscht kam und haarscharf an ihr vorbeischoss. Fauchend sprang sie zur Seite. Die Möwe landet keckernd auf dem Geländer. »Guten Abend, Madonna«, hörte Eleonora, das warme Tempere in ihrem Kopf. »Marcello«, fauchte sie, weil ihr auf die Schnelle keine adäquate Beleidigung einfiel. Sie spielte aber mit dem Gedanken, ihn vom Geländer zu schubsen. »Was machst du denn hier draußen?«, fragte der Möwenwandler. »Ich schiebe Patrouille«, sagte sie wahrheitsgemäß. Marcellos schwarze Augen betrachteten sie kritisch. »Fehlte nur noch, dass er in deinen nicht vorhandenen Augenbrauen hob, wie er es als Mensch tat.« »Du willst zum Markusplatz«, sagte er, »Blitzmerker«, sie ging weiter, »du anscheinend auch.« »Alleine?« »Siehst du doch«, sie meinte ihnen Gedanken, schnaubend zu hören, eine Angewohnheit in seiner menschlichen Gestalt, wenn ihm etwas missfiel. »Ich will überprüfen, ob die Göre recht hat. Dafür muss ich nicht meine ganze Familie mobilisieren.« Ihr Tonfall war trotzig geworden und sie hasste es, aber gegenüber Marcellos hatte sie immer das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Zu deutlich spürte sie, dass er sie an der Position der Madonna einer Familie für eine Fehlbesetzung hielt. »Nein, aber allein solltest du auch nicht unterwegs sein. Oder hast du der Göre nicht richtig zugehört?« Eleonora presste die Zähne zusammen. Sie hatte ein Date gehabt. Heute Abend. Und da er abgesagt hatte, hatte sie spontan entschlossen, die Patrouille allein durchzuziehen. Sie wollte keine Menschen sehen und auch keine Möwen. »Glaubst du, sie hat recht?«, fragte sie stattdessen. »Ich schließe es zumindest nicht aus«, antwortete Marcello. »Nicht so, wie andere«, fügte Eleonora in Gedanken hinzu. »Okay. Damit hatte sich der Themenwechsel erledigt. Schweigend eilten sie weiter, bis Schritte an Eleonoras feine Katzenohren drangen. Sie verharrte, lauschte. Eleonora verbiss sich einen Kommentar. Sie war froh, dass er nicht ihr Saman war, ihr Anführer war. Manche Anmerkungen konnte man sich auch denken, es musste nicht immer jemand sein, der sie hinausposaunte. So beschränkte sich ihre Zusammenkünfte lediglich auf die Treffen einmal im Quartal und eben auf diesen erschöpfenden Besuch in Venedig. Eleonora verharrte. Sie hörte Schritte. Eindeutig. Sie spannte die Muskeln an. Auf der anderen Seite der Gassen lief jemand vorbei. Aufrecht, auf zwei Beinen. Ihre Nackenhaare stellten sich auf. Was, begang Marsello, doch Eleonora ignorierte ihn und schläg rasch in geduckter Haltung durch die Gasse. Ganz kurz hatte sie das Gesicht des Mannes gesehen, als er durch den Lichtschein der Straßenlaterne gehastet war. Die markanten Kiefer, das breite Kinn, die etwas zu dicht gewachsenen Augenbrauen. Auf Daniel hatte sie schon seit vier Monaten die Augen geworfen. Ein Leckerbissen von einem Kommilitonen. Ein besonders harter Brocken, den sie aber in den vergangenen Wochen ziemlich weich gefiltert hatte. Er hatte das Date platzen lassen, da er noch im Atelier arbeiten wollte, um sein vermaledeites Kunstprojekt fertigzustellen. Ein zweiter Schatten huschte entlang und sein Geruch ließ die Katzenwandlerin zusammenfahren. Ein bitterer, wilder Duft wehte ihr um die Nase, gefolgt von einem Grollen, das aus einer tiefen tierischen Kehle kam und doch kein Tier war. Heilige Maria, Mutter Gottes, stieß Marsello neben ihr hervor. Eleonora rannte los. Sie flitzte um die Ecke und sah gerade noch, wie der Verfolger links in eine Gasse verschwand. Sie jagte weiter, fluchte, sich in der Vergangenheit nicht genug über die Fluchtwege informiert zu haben und fluchte ganz besonders über die Erbauer von Venedig. Wenigstens schien Marsello endlich den Ernst der Lage zu begreifen. Er flog an ihr vorbei. Angeber. Außer Atem erreichte sie den Rand des Markusplatzes. Lichterketten erleuchteten die Arkaden, die Scheinwerfer großer Lampen beschienen den Dom. Die Löwensäule. Und unter dem Turm stürzten sich vier triefende Gestalten auf den Dozenten von einem einzelnen Verfolger in ihre Arme getrieben. Sempanischer Schrei zerrichtet die nächtliche Ruhe Venedigs. Eleonora hielt sich die Ohren zu. Entsetzlich. Sie wollte irgendetwas tun, aber die Gestalten hätten ihr vermutlich eher das Genick gebrochen. Sie essen nicht nur das Herz, sagte Marsello in seinem sachlichen Tonfall, mit dem er sie manchmal zur Weißglut brachte. Nun war sie dankbar dafür, denn es half ihr, an der Oberfläche zu bleiben. Sie essen alles. Sie hörte das Knacken von Knochen. Ein erstickter Streif fuhr ihr bis ins Mark, und Eleonora drehte sich um und rannte, was ihre Katzenpfoten hergaben. Über sich hörte sie den hektischen Flügelslag Marsellos. Katalin, diese Göre hatte recht. Die Kani...